Zur letzten Folge vor der Sommerpause Erwartet unsere Investorin eine tierische Überraschung Hast du Reitangst? Wenn ich die Füße noch an den Boden kriege, mache ich da mit Mein lieber Freund Und ein ungewöhnliches Heavy-Metal-Startup Wir haben da einer wilden Schlossfeier drauf Ein Aphrodisiakum Tropfen Öl hinters Ort und dann liegt das Was ist denn da los? Ohlala In der Höhle der Löwen Montag, 20.15 Uhr In der Höhle der Hölle der Hölle der Hölle Nanab finance Wie release Will Wiener 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 Untertitelung des ZDF, 2020